Wer kommt denn in den Jahren da ran? Hobi, glaube ich. Nee. Naja, ich fälls halt an. Das wird noch toll geschehen. Oh, bleibt da links! Oh, ich mach immer den Schuhmacher hier. Das kann doch mal die Karte sein. Deine Nase mehr. Oli, hast du noch deine Nase? Ja, warum? Na gut. Ach so. Kann ich mal auch machen. Nee, ich hab noch ein anderes Ziel vor Ort. Wie denn? Ito. Das ist unser gleiches Ziel. Mal von Irving aus der Ziel hin. Ja, oder? Oh, fuck! Das ist jetzt. Nein! Nein! Du bist nur durchsichtig geworden. Weißt du nicht? Nein! Okay, du brauchst niedriger 1.19er Zeit. Niedriger 1.19er Zeit. Niedriger 1.19er Zeit. Über den Werk ohne Korridor. Ja. Fantastisches Tempo. Weiter doch. Ich komm jetzt nicht auf die Turnier. Ich hab grad ne lila Zeit und ich bin hinter Halo. Ist wieder vorbei. Ist am wenigsten. Äh, ne lila Zeit meine ich. Ich hab ne lila Zeit und ich hänge hinter Halo fest. Danke. Danke. Ich hab ne Liedern eine Zeit und ich hänge hinter Halo fest. Danke. was machst du denn da weil ich eigentlich an halo vorbei war und dann wurde er unsichtbar und dann ist er auf einmal wieder vor mir gespawnt irgendwie war das totales chaos eben weil ich bei der mannung ich war schon vorbei noch einmal bist du wieder vor mir gewesen schallspiel das ist total sehr geil wobei vielleicht auf halo ich weiß nicht ich dachte die ganze zeit wie geht denn das aber das kann sein auf halo und natürlich verwarnung abkürzen scheiße erste kobe verkackt aber ich habe die ganze zeit und jetzt habe ich jetzt mal ganz mal sprichst du mit dem bulli ne ist nicht bulli was mit mir hier meinen namen gereiht ich hätte gesagt er hat langsam mal eier vor sich hm ja jetzt ich schreibe mal 50 nacken stehen für das hier auf hm 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 denn und Das ist bei dieser Strecke gefährlich. Naja, es gibt nur noch ein paar Strecke. Und wenn ihr dann... Das ist aber voll anstrengend, ey. Danach bin ich schön gar. Oh, hey Loppa. Mach die Heizung aus. Jo. Heizung ist aus. Ich bin so warm. Fati, wer verzeichnet sich? 21. Oh, wer ist aus? Alex. Scheiße. Oh, da steht irgendwo in der Fall. Ich bin so warm. Ich bin so warm. Ich bin so warm. Ich bin so warm. Ein 20 fahr ich auch. Ich auch. Fatsch. Ich bin so warm. Ich bin so warm. Ja, der Finger hat wahrscheinlich keine Autosagst. In der Rastost. Ich bin so warm. Ja. 13 Leute. In the last one. Was ist das letzte? Wird schon, oder? Ja, ich glaube nicht. Woher überhaupt war das? Wir hatten 19. Wo hat der denn sein Auto abgestellt? Der hat es zerstört. Der hinterstatter ist hier und... Wo war das denn gerade hinterher? Was? Was? Keine Ahnung. Gelbe Flaggen in Sektor 3. Werden sich da zerschossen? Die sind bei mir schon. Was ist denn da? Ich bin die Eitel bei uns. Erstmal Eitel! Eben! 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 Nein, das ist nicht komplett. Und das ist jetzt noch runtergekriegt. Ach so! Ja! Hahaha! Und das Schöne ist, die ist im Let's Play! Wie bitte? Ja! 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 Marcel! Die Rester stehen mit in der Kurve! Die sind auch da raus! Was geht denn hier los? Das Fenster zuhörst du mir noch gerade? Ja! Warte du, ich würde das mal zur Seite, wir sind schon weg! 15, 6, 8, 9, 10, 3, 4... ... und das war... ... das macht mich pferd, Entschuldigung! Was ist dein neuer Reifen ausmacht? 1.19 Uhr Ich habe auch die 1.28 Minuten Ich bin schon bei 1.19 Uhr Vorsprung oder Rückstand? Eine Vorsprache Frage Ich bin ja in der Fall Lito, was ist los? 3.19 Uhr Und außerdem wurde ich hier gerade wüst durch die Gegend geschoben Wüst Safety Car Was? 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 Wer hat das jetzt? Das ist voll gut Fick dich du! Ganz ehrlich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Er ist immer mit der Folge Fick dich denn? Ich wollte das sogar überholen Fick sich denn? Ach, hier guck, wer steht denn da? Wo steht der? Und ich habe Maidonado für ihn. Der Heito. Echt? Maidonado gibt es nie. Jetzt steht Heito nicht mehr, jetzt fährt er. Was wird? Was wird Tristan? Do I like your broadcast? Scheiße! Gerade noch sich nicht mit Tristan. Tristan gibt es wieder besser, ne? Aber vorhin war da. Ich weiß nicht, ob er jetzt... Jetzt war er nicht drin, ne? Er hat nur gerade über das Christine geschrieben, aber... Oh, Aito! Er regnet mich gut aus. Okay, überholen ist verboten. So, so, Safety... Oh, wir sind da richtig in richtiger Reihenfolge hier, wa? Mhm. Ich versuche hier gerade nur so mit Blick auf die Reiche zu passieren, ne? War ich neu? Da hat er sich gerade erst geholt. Er ist 10, dann erst dann darf es nicht mehr überfahren. Was hast du aufgezogen worden? Wir sind jetzt alle drei gleich. Was habe ich? Was hast du aufgezogen? Rot. Aber Dings hat hart. Iito 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 hat hart. Ja, ich auch. Ja, guck mal, wir haben 49 Runden jetzt. Und ich habe bisher nur ein Satz, ne, zwei Satz weiche Reichen gehabt. Ich habe einen. Das ist jetzt auch mein zweiter. Ja, ja. Oder vierter vielleicht sogar schon, weiß ich gar nicht. Wenn ich jetzt noch mal reinfahre, mir noch mal Weiche hole, ob ich die auch kriege? Einmal werde ich mir, glaube ich, noch ein Satz holen. Weil rein theoretisch, den echten Regeln entsprechen, musst du ja keine harten fahren. Musst du auch nicht. Nee, ich weiß nicht. Weil ist ja Regenrennen. Als ich drauf gezogen hätte, hätte ich vielleicht zweimal kommen. Also in dem Tat habe ich gedacht, ich kann mich vielleicht durchfahren. Reicht nicht? Weiß nicht. Muss du gucken. Meinst du nicht? Äh, frischer Reifen jetzt, ne? 28 Runden, sollte eigentlich gehen. Nein. Meiner ist schon gesucht von Meidlobby über sechs. Solange schon, ne? Na ja, sag mal drei. Ja, wollte ich gerade sagen. Zwei oder drei Runden maximal. Ey, ey. Das ist ja der Selfieka bremst dir. Ich kann nichts machen. Ihr kriegt eine Strafe. Wozu kriege ich die Strafe? Ich kann noch nicht mehr Gas geben. Ist nicht, ist ein Witz. Entschuldigung. Was denn? Ich habe eine Strafe bekommen. Ich sitze dann hier Scheiß-Safety-Car fest. Wie, du hast eine Strafe. Ich habe dich nicht gehört. Ich habe dich nicht gehört. Bei mir nicht. Wie ist Ihre Brustball? Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und weswegen ist der Safety-Car jetzt gekommen? Rabe hat das Fahrzeug zerstört. Rabe! Es ist Safety-Car. Das ist ein Witz. Ich bin ganz leicht in diesem Scheiß-Safety-Car. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Na komm, aber Anhalt braucht es nicht. Und dann geht er. Ich gebe das zum Anhalt. Mein Kroll. Und das Rennen geht wieder los. Maximale Leistung hast du jetzt, Ito. Sag mir mal einen Ingenieur. Oh, Scheiße, Mann. Sorry. Ich muss rein. Nein. Leck mich doch am Arsch hier, du Fuckspiel, ey. Ja, mein Frontflug ist im Arsch gewesen. Ab, weg. So eine Scheiße, Mann. Ja, und? Musstest du auch rein? Nein. Nein. Ach so. So für. Das geht denn hier los? Was ist denn das für ein Scheißspiel? Ja, aber es wird nicht so. Ich hab ja ihn angeschoben. Ich war ja zu schnell in die Kurve reingebremst. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Was ist denn das für ein Scheißspiel? Ich hab ja ihn hinterher. Aber gut, ich kann ein bisschen hoch. Ich mach da noch auch. Oh, du bist ein Esel, ne? Verschuldigung. Alter. Uli, ich geh links vorbei. Alter, Mann. Das sagst du nicht. Ja, ich kann nicht. Ich hab keinen Frontflug mehr da gewöhnen gerade. Ja. Ich hab doch immer älter gemacht. Es tut mir leid. Mann, Mann. Dann sagt doch, Mann, alle. Hab' ich. Hab' ich mich aufgeregt. Diese Scheiße. Haltet doch an und schlagt euch. Ja, komm ja. Komm mit die Boxen. Warte auf dich. Ja, ich bin schon da. Flo ist auch durchgerutscht im Lohns-Scheiße. Ja. Zack. Ilu. Bleib, 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 bleib. Ja. Zwinge ich eine Strafe dafür, kriegt man nur. Nee, aber... Ich kriege die neue Strafe, glaub ich. Das ist doch nicht zu fassen. Nur Verwarnung abkürzend. Ja, abkürzend. Ah, abkürzend. Ja, abkürzend. Ja, abkürzend. Ja, abkürzend. Ja, abkürzend. Und so leichter das Auto wird und geschlechter calmest du damit. Ja. ja ich gehe davon aus Was will der von mir? Plus 1, 1 Minute und 8? Worauf? Auch nicht auf Sutil. Differenz. Auf Sutil. 1 Minute 7. Hä? Muss ich da irgendwas verstehen? Und ich lach mich tot. Genau vor mir ist er. Echt? Ja. Das ist ein Unding, wenn der eine Runde im Voraus ist. Das kann doch nicht sein. Wir sind ja zeitgleich in die Box gefahren. Richtig. Das kann ich ja nicht auf einmal eine Runde vorspüren. Und das sollte nicht der Fall sein. Ich hoffe, ich habe hier den Job abgenommen. Aber, ihrlauben. Das ist doch jetzt hier. Ja, die. Komm. Geh weg. Zu Hause fahren. Der liegt doch noch im Krankenhaus. Das musst du wirklich schicken. Florian ist erster? Deswegen hättest du gerade gefallen, dass er durchfährt. Ja, weil er schwitzt schon. Deswegen ist er auch so ruhig jetzt. Ja, jetzt die ganze Zeit. Was ist das Boot? Weißt du doch. Also, ich habe nur 10 Sekunden. Das Auto wird immer beschissen. Das ist mein Vorteil. Nein, ich bin froh, dass es auch nicht nur so schwer ist. Nee, also umso leicht das wirklich beschissen wird. Ich habe ja noch nie das Gefühl zumindest. Ich habe kurz aufgetragen, weil ich mir einen gibt. Ach. Kutzt. Wie war das denn? Was ist denn du eigentlich vor mir? Ich sollte mich immer auf die Zeiten gucken, ey. Zehn Sekunden noch geht, ey. Und sutil eine Minute, hä? Der sutil ist weg. Ja, aber ich... Nee, nee, komm hier. Ich schreibe nicht. Jaaaa, fuck ey! Man hört nicht viel von ihm, aber irgendwie immer fuck und scheiße. So. Na immerhin, ne? Sagt er wenigstens was. Es gibt Leute, die reden halt nicht viel. Jaaaa, fuck und scheiße, ist dann auch so viel. Umgangssprache. Das fand ich auch ein bisschen Spaß. Früher nannte man das doch Rossensprache. Gettosprache. Toilettensprache. Toilettensprache. Ich hab' schon mal gehört. Ach so. Ich hab' schon mal gehört. Ich glaub' jetzt... Jetzt hat er schon richtig... Es wird auch klingelistisch. Das Auto vor dir ist 30 Sekunden. Wenn du richtig Druck machst, kannst du ihn kriegen. Mhm. Klingt ja ziemlich, das schmeckt. Ja, mach' doch kein Platz so. Er macht doch auch keinen Platz so. Der macht keinen Platz. Der Tönig macht nur keinen Platz. Flo ist ja auch Flo und ich, Maurice. Äh, war der nichts so klein. Ist das für nichts? Ja, mach' die Tür nicht auf. Der macht nur einen Tempel vor Ort. Jaja, aber er ist jetzt in der Klappe mit Kempten. Das ist nur zum Vorteil von Ito, dass er mich aufhegt. Naja... Das war's. Kaum auf mich. Nee, lieber Bremsen, ich will ihn nicht hinten ruf kommen. Wie wird vor mir? Halt ihn mal auf. Ja, er kommt da grad. 3 Sekunden vor mir. Wir kommen nicht an ihn vorbei, nur die Drextechniker. Boah, fuck. Dann gehe ich mal an. Abkürzen. Es ist auch nicht schwer, hier eine Abkürzen-Meldung zu bekommen, ey. Nee. Aber manchmal fährst du sie so, dass du denkst, dass man das Abkürzen legt. Und dann kriegst du nichts, ne? Ja, fährst abkürzen. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Sorry. Okay, geht jetzt. Ito, vier Seko, was hier los? Was denn? Wieso habe ich so viel Zeit dir abgenommen? Na, ist kaputt. Ach so. Was ging denn ab? Oh, Alter! Nein, das tut mir leid. Bist du Flo jetzt hier drauf gefahren oder was? Ich nein. Ich nein.